Weil es sich sehr viel von euch gewünscht wurde. Das neue Kein-Konzept-Video ist vor einer Stunde erst online gekommen. Twitch am Limit 58 Abfahrt. Ein paar Gehirnzellen verbrennen. Sascha hat es doch letztens erst geleakt. Was hat denn der geleakt? Dann sag doch wohl das war. Mit dem zusammen alt werden. Aber dann auch nur als Freunde. F für den Bruder. F für den Sex. Okay. Gerade fertig geworden. Frühmorgens. Einfach so um neun oder so. Warum hast du mir das nicht erzählt. Warum hast du mir das nicht erzählt? Ruft einfach keine Pflaume an. Ich vollkommen überfordert einfach. Man kennt den Moment. Ich hab die zerrissen. Nein. Ich hab hier einen Arm zerrissen. Ripfel Bibi. Pssst, Bruder. Nein! Was mach ich denn? Nein! Scheiße! Ladies and Gentlemen. We got him. Hühnersuppe. Der gute alte Montelig. Kohleintopf. Selbstgemachte Pesto. Ach, das ist Amar. Digga, ich hab Amar gar nicht erkannt gerade. Ich dachte, das wär Tim Metzger. Reis mit Hackfleischbällchen, Süßkartoffelecken, Backhähnchen, arabischer Reis und so weiter und so fort. Da haben wir alles hier drinnen. Diese Punkband gibt es oder die Band gibt es nicht? Oh, das kann ich. Feine Sahne Fischfilet. Gibt es. Gibt es nicht. Drei, zwei, eins. Digga, wo sind wir hier gelandet? Wo sind wir hier gelandet? Was? 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 Der gönnt auch. Zack, Yalla. Hi, der Yalla. Gewähren-Win-Rate 78,7%. Da seh ich mich. Das heißt Rukula. Rukola und nicht Rokula. Herr Rokula, oder? Ich sprech das... Achso, ja, Tim Metzger. Ich sag, ich nenne den immer Tim Metzger. Das ist aus, wie ich das will. Hallo? Ehrlich, wer ernsthaft ne Liste führt, wie, wann, wie, mit so nem Bewertungssystem von 1 bis 10... Rukola heißt es echt? Ich sag immer Rukula. Mein Leben war ne Lüge. Ist ein absoluter Hundesohn und demjenigen wünsch ich nur, dass dem sein Wasser vom Tisch fällt. Sag ich den ganz ehrlich, wie ich seh. Du würdest mehr... Du würdest mehr... Eigenin... Was? Du würdest mehr... Eigenin... Eigenin... Oh mein Gott. Ich warte. Chat, rat mir welches Wort... Warten wir... Welches Wort Sie raten? Ich tippe auf Eigeninitiative. Was will Sie sagen? Jetzt einmal rein. Wir machen kurz Ratespiel. Wir machen kurz Wer wird Millionär auf ruhig bestellt. Welches Wort? Ich tippe auf Eigeninitiative. Ihr seid auch Eigeninitiative, okay Chat. Schauen wir mal, ob wir richtig liegen, ob wir weiterkommen zu 150.000 Euro Frage und Abfahrt. Gott Eigeninitiative zeigt... 150.000 Euro für den Chat. Wer die bezahlt? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, was das heißt. Einmal bisschen confident rein, so wie Basti sagen würde, weißt du, bei Bad Wars. Frauen denken ist wie Bad Wars. So... Nur, dass du... Im besten Fall musst du am Ende nicht ihr Bett abbauen. Volkertag, im besten Fall endet es da, dass du bei ihr in der Base landest, aber das Bett nicht abbauen musst. So, das wäre cool. Also, wenn du dann am Ende des Dates ihr Bett abbaust, dann ist irgendwas falsch gelaufen, Bro. Den Part solltest du vielleicht weglassen. Naja, ich weiß nicht. Was, 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 was wird geleakt? Digger. Eierschmerzen nachkuscheln. Das ist ein übertriebener Hit, Junge. Holy shit, Alter. Da wissen wir auch, bei welcher Playlist Kai Pflaumer angerufen hat. SexyTimes2021. Ja, ja, die Playlist habe ich... Keine Ahnung, warum die da ist, Chad. Kevin, Alter. Kai Pflaumer... Spreit mich nie wieder drauf an! Nein, danke! Was ist das denn? Schickt er mir. Ey, Chad, wehe. Ich gehe instant offline, wenn ihr so dieses komische Ding zu mir hinschickt. Ich vertraue dir auch noch. Dummes Stück Scheiße, Alter. Beizubringen, dass ich eine Kryptowährung... Oh mein Gott, Digga, Wreckage! Den Öl. Hä? Willkommen zu X Factor, das Unglaubliche. Ein neues Format auf diesem Kanal. Ich habe das Gefühl, das gab es schon mal, Dave. Kurzerklärung. Der Voice Great. Stell dir vor, du spendest dein Monatsgehalt an Monte und das ist die Reaktion. Ey, Kiger, danke dir für 25 gegiftete Subs, danke dir. 25 gegiftete Subs ist schon ganz schön viel, Bruder. Are you winning, son? You feels okay, man. Hubel doch nicht, ja? Lina, es geht nicht anders. Hä? Ich habe den Jog nicht verstanden. Are you winning, son? You feels okay, man. Hä? Er trinkt gleichzeitig? Beide haben einen Deckel auf der Flasche? I don't fucking get it. Ich bin zu dumm. Der Deckel? Das ist X Factor. Ich versteh es nicht. Ach so! Aaaaah! 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 Amar hat auch A. Ooooooh! Beide den Deckel! Ich habe auf die Dono geachtet. Aaaaah! Hallo? Ah fuck, jetzt bin ich schon wieder hier. Wo packe ich mich denn jetzt hin? Hier einfach. Ah nee, das ist auch scheiße. Hier? Hier? Also... Hallo? Die labert. Das ist ja... Also das ist ja... Hä? Das war im Video der troll damit. Also... Hallo? Hallo? Ach das war im letzten Video wahrscheinlich. Das war im Video. Hahahaha! Hahahaha! Nein! Also... Hallo? Die labert. Das ist ja... Also das... Ja? Ja? Imagine... Mach es das einfach nur noch schlecht, Digga. Also... Hallo? Hallo? Ja? Ich höre dich. Ach so, das war in-game. Ach das war im Video. Ach das war im Video. Ich war jetzt... Wo bist du da? Beide kommen dann gar nicht. Raus gegangen? Was? Bist du noch da? Ja? Hallo? Chat? Noch da? Das Video hat gestrollt. Bei ihm im Video ist jemand reingegangen, glaube ich. Ach so. Oder? Und voilà. Das war ein funny Video. Chat, das war ein funny Video. Sehr guter Vorschlag. Bitte abonniert meine Channels. Danke. Stay curious. LOL.